Vimalasana ist die Stellung der Reinheit. Vimalasana gehört zu den anstrengenden Stellungen, die im Shri Tattva Nidhi beschrieben werden, einem Text aus dem 19. Jahrhundert. Daniel zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Stehlager, die Stehstellung Tadasana. Von hier beugst du erstmal das Becken, so tief wie du kannst, idealerweise sogar Gesäß auf dem Level des Knies. Dann hebe einen Fuß hoch und setze diesen Fuß auf das Knie oder auf den Oberschenkel. Und jetzt bleibe ruhig, du kannst aber die Hände entweder auf Fuß und Knie geben oder auch die Hände falten. Die Stellung heißt Stellung der Reinheit, weil du mit Anstrengung und Lächeln zur Reinheit kommst. Um rein zu werden, was in den spirituellen Traditionen wichtig ist, bedarf es einer Entschlusskraft und auch die Bereitschaft, Anstrengendes auf dich zu nehmen.